Don, du kannst dich schon da mal her... Also, falls, falls du, ja, ne, aktivierst nämlich sowieso Kisten. Schaut aber cool aus. Tom, wie findest du mein Auto? In weiß-schwarz. Ja. Wie findest du das Auto, Tom? Hab ich mir auch gedacht. Das Rot passt, äh, warum passt das Rot besser? Du hast der Tänze auch nicht Rot, oder? Na ja, schau mal, Tom, es geht darum, ja, ich hab so viele rote, weiße Autos, dass ich mal eine andere Farbe... ...wäre ja auch nicht schlecht, oder? Das ist halt so, ich weiß nicht, wie halt... ...fahrt, fahrt, schaut es halt aus, wenn nur rote Sachen drin sind, rot-weiße, ne? Hab ich mir halt gedacht, ne? Ah, ich fahr mit dem... ...ja, stimmt. Ah, hab ich auch. Wie meinst du das? Ich komm eh, ich komm eh, ich komm eh runter, bin eh gleich da. Okay. Na ja, du hast das jedenfalls nicht in Rot und Weiß-Schwarz. Ich weiß, ich weiß, deswegen frage ich dich hier, weil Rot-Weiß, ja, alle Autos, schaut schon einseitig aus, was? Es gibt so viele Farben, wir können ja mal jedes Auto in einer verschiedenen Farbe machen. Ist doch gut, dass es ausschaut. Das kann nur mir passen. Okay, das geht. 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 Also, der ist echt cool, was du fahrst. Ist er auch schnell? Ist er gut in Berge klettern? Ja. Kann er auch gucken? Hey? Was? Cool. Die Wasserhautung. Nein. Tü' tü' tü'. Oh Gott. Oh, Tödermann, Himmel muss sein. Oh, Tödermann. Ein Energisch, aufgeregt. Ich habe natürlich auch eine Übernahme. Das ist der erste Ausgabe. Keine Enfragen. Ärgerin. Das ist schon der erste Ausgabe. Ich bin doch nicht, dass du das ausgabe. Ich bin das ausgabe. Ja. Was macht mich nicht auf dir? Wie kann das funktionieren? Äh, in dem der Motor heiß steht. Der Motor heiß ist, kannst du auf den heißen Motor... Motorhabe. Auf die Motorhabe, oh nein, die dich auf den Haken machen. Achso. Auf den Haken stellen und dann kannst du in den Haken gucken. Ey, kurz haben wir. Äh, warte kurz, warte kurz bis du einsteigst dann. Los geht's. Was ist der Motorhabe? Warte kurz, bitte. Ich glaube, du willst einen Backrub nicht wiederholen. Wie kann ich helfen? Warte kurz, meine Freundin. Okay, lass es mit Creepy Uncle Lester. Ja? Ja, kommt wieder auf der Tür. Warte kurz, was du? Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Diesmal gestoßen. Schau mal, ob du die Stärke dazu hast, bei dem Auto da. Der hebt sich hoch da. Er stormt. Du willst anscheinend das grüne Auto, was du gerade heute schon machst, besteigen, oder? Entschuldigung. Ja, ich mochte es. Tom. Das geht nicht. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ja, oder? Das hat mich nicht kombiniert. Warte mal. Oh Gott, oh Gott.